Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Last of Us. Part 2. Remake of the PS5. Wir sind auf der Suche nach Joel und Tommy. Irgendwas ist passiert mit Joel. Die letzte Folge haben wir gesehen. Er wurde gefangen genommen. Er wurde hingerichtet. Wir müssen ihn jetzt suchen. Hier können wir rein. Joel? Tommy? Okay. Nehmen wir mal ein paar Sachen mit. Okay. Schön als Absuche. Wir hören irgendwas. Gibt es hier noch was? Naja, gibt es nix mehr. Oh, was passiert mit Joel? Was passiert mit ihm? Oh, super. Das war so kurz. Oh nein. Ich hab' ihn weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah! Oh nein. Oh nein. Halt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Miststück! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay? Lasst los! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn freu! Wer ist das? Lasst ihn freu! Hat sich reingeschlichen! Warum schiebt niemand draußen Wache? Wir dachten nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn! Jetzt! Joe! Steh auf! Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe! Bitte steh auf! Komm raus! Nein! Ich bring euch rum! Nein! Nein! Ich bring euch auf! Ich bring euch auf! Oh! Oh mein Gott! Ellie! Ellie! Tut mir leid! Jessie! Sie sind hier unten! Nein! Nein! Sie sind hier unten! M record mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Hi Hi Kann ich mich setzen? Ja Marie will sicherstellen, dass du isst Sie kann uns nicht aufhalten Bei den Leuten, die wir bräuchten Um das durchzuziehen Wäre Jackson lange wehrlos Sie sollen also damit davon kommen? Das will niemand Ja, aber genau das wird passieren Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle Wäre er nicht Verdammt, auf jeden Fall wäre er das Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind Washington Liberation Front Genau das stand doch auf ihren Aufnähern Und wenn die Jacken gestohlen waren? Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los Und wenn du mitkommen willst, gut Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist Wie stark Ist mir egal Du kannst mich nicht umstimmen Gib mir einen Tag Ich rede mit Maria Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen Und wenn das nicht klappt? Tja Dann werde ich mir was überlegen Ein Tag Bitte Gut Okay 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 Amen. 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 Ich möchte zu seinem Haus bevor wir gehen. Um etwas von Ort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Ach, scheiß Tommy. Unterwegs fällt dann schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, geh ich auch. Keine Diskussion. Du musst du deinen Rucksack holen. Den hab ich bei den Osttouren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Du kannst du dich verpflichtet. Du kannst das. Du kannst du meinen Rucksack holen. Du kannst du deinen Rucksack holen. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Hm. Vielen Dank. 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 Kannst du runterkommen? Alles okay? Ja, nur komm einfach runter. Maria. Ich bin unterwegs nach Seattle. Du hättest, du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ja. Ich will, dass du, dass du mir, dass du, dass du hierher, wo du, dass du, dass du mit dir bist. wofür es dunkel wird. Diese Handhaare auf ihm und drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Was? Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Okay, Leute. Krass. Ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Ähm, gar nicht. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video.